Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Overwatch in Season 12 noch fliege gegessen Bäh, pfui, ähm, sorry, mittlerweile in sieben Stunden, äh, 10 Stunden, ja, es war, war ihr Big Torbjörn, ja, ja Ich kann nicht sagen, ich kann nicht sagen Ich kann nicht sagen, ich kann nicht sagen Lass uns gemeinsam was reißen Ich kann nicht sagen Ich kann nicht sagen Ich kann nicht sagen, ich kann nicht sagen So, 2 Tags 2 DPS, 2 Heiler Alles gut Auch wenn ein Heiler ich bin Das ist meistens nicht so gut Aber, ja Tut Vor allem mit Lucio ist er nicht so tragisch Im Heilkreis einschalten Links liegt Dauerfeuer Jetzt tun wir was Sehr schön Irgendwer wurde assistet Der ist auch hinüber Ja, die werden schon da rein Na, bleibt da Die wird fast Ui Na, komm, komm komm kommt Na, ha Ich muss mal wissen, wie weit mein Heilkreis eigentlich nach oben geht. Theoretisch ewig weit, weil sonst wär's ja für die Farah ein bisschen blöch. Aber andererseits, ja, gerade zum Gameplay, mal so landen. So und das Ult noch mal schnell raus und weiter geht's. Ult zwar rausgehauen, aber ich denk mal, den Punkt halten, weiß ich so aus. Alter, 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 Alter. Loll, 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 Loll! Auf in dem Scheiß, Loll! Und weg! Eieiei Wo muss er bei uns meine Leute fallen? Denkst du zu gehen? Ich habe ein Gläser auf dem PTA Das ist ein bisschen anders Dass die Bombe da weg ist Und sie vermuten, dass vielleicht ein neuer Held kommt Kann ich jetzt nicht sagen Sie vermuten es, nur weil dumpf ist die auch so ankündig Damit die Fracht in Numbali der Handschuhe vor ihm weg war Und jetzt im Testserver ist das Teil da weg Eieiei Das gibt's noch nicht Vama Ach Fuck Tolle Dreh Jetzt wird's massiv Vollgas Alles auf dem Fleck So Heilung an Weg Ah Der knallt mich da wieder genau ran Ah Mist Los ich komm schon zu Das wird eine Heilung herauskommen Sehr schön Gut gemacht Ich mag Russland Kein Problem Aber ich würde halt trotzdem gerne mal anders spielen jetzt Darf ich den spielen? Was ist jetzt? Schreibt sie nur oder pickt sie auch? Heute ist ein guter Tag Um Chaos zu stiften Sieht aus, als wären wir am Arsch der Welt geworden sind Zieht euch diesen Beat rein Ja, dann geht's scherzend Echt? Also wenn's nur reden müsste, ist okay, dann tut's das aber Undankbar und schnitzel aufgelesen Ja 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 No, no I mean Unterbrecht mich bitte, wenn ihr den schon kennt Was ist das? Alles gut? Was ist das? Shit Gehran! so leicht werden sie mich nicht los nur weil diese komischen pauletten damanen irgendwie irgendwas zu picken ja 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 ich habe ein Problem, der sich ist das war rein du mache ich nicht mehr Du hast es nicht mehr gewaltend. Ich hab das gedacht, ist das geht du hast es nicht mehr so geht es dann nach wie vor die wunden für die perra war derzeit spiel Das ist doch nicht das ein... Naja... Leistungssuch, Akku! Und Anschluss, zu! Das ist eure gerechte Strafe! Scheiße! Das ist eure gerechte Strafe! Er weiß natürlich nichts! Perfekte Möglichkeit! Zippenverstecker, weißt du! Ja, Alter! Der Hund switcht ihn auch nach unten! Jetzt haben wir wieder einen Roadhog! Nach Winston! Nach der Farah! じゃあ ihren Weg noch! Achコất Nummer! Er hat ja nicht den Weg... Flusteczę damit wieder! Entweder! Veieny mal! Ich mag hier nichts, aber niemand mag es. Way too much damage. Also, ich hab das hier. Ja, ha ha ha. Ausruhen kann ich, wenn ich tot bin. Ha ha ha. So. Alter, was soll das? Komm, der Roadhog darf mit Hook-Shoot-Combo nicht one-shotten und der G'shissel darf, oder was? Ja, mich gern, Alter. Ich kann mich gern haben, mein Freund. Wenn du so behindert bist, dann kannst du das auch gerne haben. Das ist ein Torbjörn. Mal wüsst, was du willst. Da nicht! Wenn einer nicht fragt, hab ich ja kein Problem mit allem. Wirklich. Kein Problem. Was man zusammenbauen kann, kann man auch zählen. Aber wenn einer meint, nur rumzuflammen. Und, uuuuuh. Schüt da, schüt dort. Ganz ehrlich? No. Ich bin gern am. So. Machen wir das mal. Stumm schalten. Hier sieht recht gut aus. Melden. So. Erleicht. Der nicht. DidDEFest. Erleicht. Jetzt. Nehm. Jeff. Ich bin gerne. Da. Das ist leicht. Dann muss ich verhängen. Ach, was die Karni ist. Das war's für heute. Voll hochgefahren! Reich bist du so gut wie noch. Seht euch diese vollendete Kicks. Ja? Bleibt ja noch. Danke. Cool. Ja. We gots. Ich sehe sie. Die Stunde. Oh mein Gott. 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 Oh dieses Potenzial. Ja. Ja. Super du Hurenfracht. Führt einfach mein Geschütz nieder. Ich weiß, dass das normal passiert, aber trotzdem. Ja haha. Erfischt. Uh. Worms zu machen. Hat er vor Weihnachten auf ein bisschen zu bemerkten? Da sind bleiben. Ja, so offline. Viertel schon zum Essiggler. Ich bin nicht mehr bereit! Ich bin nicht mehr bereit! Ich bin nicht mehr bereit! Mein Geschütz! Maximale Energie! Ich bin nicht mehr bereit! Das war die Reste, die da! Der Reste ist noch sehr schnell in die Mitte! Aaaaaah! Was nenn ich von ihm? Ich bin nicht mehr bereit! Ich bin nicht mehr bereit! Woah! Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was sagt er jetzt, hm? Oh, kann ich ja nicht lesen, ist er gemultet und reportet. Boah, Schloch. Unwürdig ist. Ja, Ruiz hier! Kann gehen, muss nicht gehen. Man muss jetzt so sagen, wir haben jetzt eine wirklich gute Ausgangspunkte. Wir können jetzt wirklich warten. Und wenn es am Anfang jetzt den ersten Punkt nicht geht, dann wirklich mal durchswitchen. Das wird die Möglichkeit hatten ja dann auch, okay. Aber es läuft gerade nicht. Die müssen wir hinter der Barriere entdecken. Das hat mich am Große Pläne mit dir. Drei, zwei, eins, am Tor. Wow! 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 Oh. 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 Und ja. Ja, ja. Wann wird man das jetzt eigentlich hinkriegen, glaube ich? Na? Ja, das war einer von der Dreiergruppe, also ich vermute einmal, dass der... Jürgen, die müssen wir nicht schaffen. Vielleicht auch schon tun sie auch nicht gerade so. Ja, leider wieder. Kommt doch. Was immer das auch bedeuten soll. Fuck. Oh, fuck. So good. Okay. Wait. Hey. No. Ah, den hätte ich erwischt. Sorry. Ich bin wieder voll da. Ich bin wieder voll da. Und dann... Und dann... So. Ich bin wieder... Das gibt's ja nicht. Ich bin wieder voll da. Oh, ey. Ich bin wieder voll da. Ja. Komm, als geschützte Hande ist ja tot. Ja. Und ich renne jetzt nicht mit mir ein. Konzentriert euch auf die Verteidigung. Feindliches Schützverhacht. Schönerheit. Lass dich wachsicht vorbei. Leistung schon aktiv. Drück geschlossen hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du hast mir gesagt, das Feindliches Schützverhacht. Maximale Energie. Super, der seinen Nachbar. Super. 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 Aaaaaaaaaah. Jetzt wirds grittisch. Ja, ich bin mit dem Ult immer noch nicht so zufrieden von dem Torb, aber ich sag mal, man kann schon ein bisschen drauf rumpampen, man kann schon was machen damit, ja. Ha! Erwischt. Halt jetzt die Fracht zurück! Nicht rumhutschen! Halt jetzt die Fracht zurück! Und jetzt? Punkt der Stand. 6. 2. Zeitgericht. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wählen Sie Ihr Helden. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 7. 5. 6. 7. 12. 14. 3, 2, 1, 1 Vollgas, komm, los, los, los Wir haben 1 Minuten, wir haben 1 Minuten, das ist halt Vielleicht bringen sie nicht mehr hinter den 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Naah! Wo ist der Hund? Ja! Ja, doch! Fui! Oh! Nein, doch mal. Doch! Ich werde schon wieder auf! Ich verstehe nicht! Herr Stämmhier dahinter, den Kalko! Na ja, das stimmt wieder hin zu dem Kalko! Den muss ich nicht. Mothen! Nein, ich stehe in dem Scheiß drin! Nein, das war hinter mir auch. Fuck! Okay, jetzt war das schon lässig. Ja, aber jetzt eher nur so, wenn es ein Punktkampf ist. Vor allem hat es Birken gesagt, jetzt muss ich an der Fracht stehen, sonst ist es für ein Arsch. Fahr mit! Das bringt's die Barriere um, dass wir da durch können. Sehr schön! Sehr gut! Das ist gut, Mann! Okay, jetzt muss ich mal kurz da... Ich bin zu klein dafür. Keine Angst, mein Schatz! Die hat ein bisschen Wied noch. Ich hab' mir gedacht, die kommen noch nicht raus. Das muss ich mal von da haben. Ach, ach, das nen Verdammtshammer mit! Ja, das... Mies sind wir grad nicht! Risa! Jetzt ist er weg! Ah, weg zum Mittel! Der Kopf, der steht vorne irgendwo! Na! Scheiße! Jetzt war's es! Also das war jetzt da... ziemlich das Ende! Boah! Waa Waa! Waa Waa! Bist du fertig? Das sind noch weit gekommen, oder? Das hätte... Das hätte keiner gehabt, ja? Und wir haben Junkrat nicht... Ne... Pfff... Na, ich bin gespannt! Und das nicht geht nämlich an Junkrat! Der kann doch wesentlich besser... blocken! Mann, ja... Wesentlich ist es relativ hoch! Ich darf's jetzt nicht übertreiben! Der Schütz am besten hinterm Reinhard! Ja... Komm! Schau dich an! Ein Rachtstück! Ich begehe mich wieder bei ehren Gedeckung! Fünf... Vier... Drei... 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 Eins... Na, wir werden näher sich... ein Rachtstück... ... ... Ich habe den Reinhard-Mein geschehen, ... ... ... Das wir etwas darts... ... 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 Was ist das? Ich hab das nicht Immer fest, geht los! Baaah! Sack! Wo war ich nochmal? Verstanden! Da hat er recht! Armway Groupup, geschicht erledigt! Hinsendet! Du bist jetzt noch eine Kälte! Hinsendet! 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 Jawoll! Hinsendet! 8 zu 6! Trotz toxischem Team. Wow, war gut. Nash. Schreibe ich jetzt nicht, weil dann die anderen sich auch voll fühlen. Schmeinig. Nope, der war super. Der kriegt auch was. Wunderprächtig. Dann grebe ich eben, weil er wegen dem Ding. Gut. Wieder eine lange Runde, aber eine gute Runde. So, jetzt haben wir mal ein schönes Top-Jorn-Gameplay gehabt. Das werden wir wiederholen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt Spaß bei was auch immer. Genießt den Tag und ciao. Schau. 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 Vielen Dank.